Ah da. Okay, das kriegt man. Das ist easy zu kriegen. Das kriegt man sehr easy. Nein! Was mache ich da? Ficken ey. Ah, dass ich da für ne Trophäe kriege, dass ich da drüberjumpe, das war so klar. Ja, du scheiß Robbe. War auch noch darin, oh yeah. Hallo? Ne, 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 so viel im Fall nicht. Jetzt gebe ich mir noch ein bisschen mehr Mühe hier. Ich weiß nicht, ich war schon immer so ein 100% Spacko. War ich schon immer schon. Oh, jetzt höre ich das Tee. Und dann versuche ich, dann konzentriere ich mich darauf erster zu werden. Oh, jetzt höre ich das Tee. Und dann versuche ich, dann konzentriere ich mich darauf erster zu werden. Immerhin habe ich einen Trophäe heute geholt. Heute geholt. Das ist schon schön. Ich würde euch gerne ja mal zeigen, wie man die Trophäen holt. Aber irgendwie kriege ich das noch nicht so hin. So, haben wir. Wir sind immer noch erster werden. Ja, du scheiß Robbe, du kommst genau in den Moment. Das ist doch unfair. Alter. Dumme Robbe. Ich hebe mir mal den Raketenwerfer auf. Machen wir es ja nie. Das war mal gut. Und drüber Slime. Piuuuu. Das heißt, wenn ihr unsere Penner in die Quere kommt, einfach wegknieben. Das heißt, wenn ihr unsere Penner in die Quere kommt, einfach wegknieben. So, komm. Weiter, weiter, weiter. Ich muss gewinnen. Definitiv mein Ziel. Ja, das war jetzt nicht so schön. Aber wir sind noch erster. Und das ist ja die Hauptsache. Hauptsache erste. Ja. Das genau das, was ich sehen wollte. So, gehört auch mir. Nice, haben wir Gebiet 3 abgehakt. Oh, ist das schön, ey. Es läuft. Zeitrelegt mache ich erstmal in Ruhe irgendwann, also so. Hat das erstmal keinen Sinn. Ach, ist das schön, ey. Es läuft mal. Halbe Stunde machen wir noch und dann speichere ich ab und gucke, wie viel Prozent ich schon habe. Sollen wir jetzt alles hier? Ja. So, dann machen wir jetzt die Zitterdette. So, wie komme ich denn da nochmal hin? Ich glaube von hier. Ah, jetzt machen wir das hier. Wo habe ich denn da eigentlich los? Nur mit dem Engine aber. Machen wir wo Cortex. Wer ist hier das? Naja, dass wir Crash Team Racing Nitro Field endlich mal fertig haben. Das ist ein bisschen Story-Modus. Mal sehen, wo die sind. Ich bin gespannt. Aber ich glaube, ich habe den ersten schon gesehen. Ich muss nur mal schauen, wie ich da so rankomme. Den würde ich kriegen. Ach, shit. Hätt ich ihn doch bekommen. Ich würde schon einen Freundchen. So will ich nicht gewinnen. Und was sind ein Buchstaben? Das zählt haben wir. Yes. Okay, weiter mit Mitte. Okay, weiter mit Mitte. Letzte Runde. Nee, noch nicht. Ich muss nur in der Mitte gehen. Ich muss nur in der Mitte gehen. Nee, noch in der Mitte gehen. Verdammt. Verdammt. Nee, da war ich ja einfach zu niedrig. Ich spiel Wie kann ich sein, dass ich hanko? Ich muss ja mehr mittig anscheinend. Wie soll das funktionieren? Ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Das ist mittig. Ich probiere es nochmal. 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 Ich probiere es nochmal.